Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute haben wir ein Quiz, wo ihr mitspielen könnt, wenn ihr wollt. Es geht darum, YouTuber zu erkennen und wir sehen nur ihre Augen und müssen dann innerhalb von 5 Sekunden sagen, was das für ein YouTuber ist oder was für eine YouTuberin. Ich bin super gespannt, wie gut oder schlecht ich daran abschneiden werde. Seitdem ich 12 bin, also quasi jetzt seit 11 Jahren, 10 Jahren, ich bin 22 erst, erst. Seit 10 Jahren bin ich jeden Tag auf YouTube, jeden Tag auf YouTube unterwegs und habe natürlich auch schon einige Leute irgendwie in echt gesehen. Deswegen wird es unangenehm, wenn ich irgendwelche Leute, mit denen ich schon mehrfach geredet habe, in echt, wenn ich die nicht erkennen werde. Ich bin gespannt, spielt gerne mit, Freunde. Falls ihr sowas nochmal sehen wollt, lasst jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Es gibt, ich glaube, 5 oder 6 Teile von diesem Art Quiz. Von daher, wenn das Video gut ankommt, werden wir auf jeden Fall mehr machen. Ich bin sehr gespannt, ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht ich abschneiden werde. Ich freue mich drauf. Ja, wir spielen das Ganze ohne Musik, weil ich glaube, hier ist so Copyright-Musik drin. Das ist das Einzige, aber das ist eh nur so ein Beat, der die ganze Zeit ein bisschen nervig durchläuft. Deswegen fangen wir an. Nummer 1, okay, Nummer 1. Nummer 1 ist easy, Nummer 1 ist easy. Das ist Sturmwaffel, oder? Das müsste Sturmwaffel sein. Da bin ich mir noch relativ safe. Das müsste Sturmwaffel sein. Nummer 1 ist gleich Sturmwaffel. Okay, das war noch mit der Mütze auch noch relativ easy zu sehen. Und ich habe das Bild eben schon mal 2 Sekunden gesehen, weil ich den Sound adjusted habe. Nummer 2. Boah, da habe ich jetzt schon gar keine Ahnung mehr. Nummer 2. Holy shit, das ist Tomatolix. Ist das Tomatolix? Ich würde sagen Tomatolix. Nummer 2, Tomatolix. Aaron, oh, okay, wenn man es sieht. Okay, das ist wirklich, wenn man es sieht, dann denkt man sich so obvious. Okay, schreibt auf jeden Fall eure Punkte am Ende in die Kommentare. Ich habe jetzt einen Punkt. Oh, damn. Beim zweiten Aaron. Da schon so zu verkacken ist natürlich hart, ne? Das war einfach, hey, Aaron. Aber man hat nur 3 oder 4 Sekunden, glaube ich. Es sind keine 5. Okay. Okay, das ist Kelly. Das ist Kelly, Mrs. V-Log. Haben uns gerade ihren neuen Song noch zusammen angehört. Ähm, das ist Kelly. Aber die hat auch so sehr, sehr erkennbare Augen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Aber das müsste eigentlich Kelly sein, Mrs. V-Log. Ja, good one. Weil das war wirklich noch einfach. Das war aber auch, äh, die kenne ich seit Tag 1 gefühlt, ja? Okay, Nummer 4. Zwei Punkte, merken wir uns. Oh mein Gott, der sieht aus wie Channing Tatum, Digga. Wer ist denn das? Äh, äh, Jonas? 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 Heißt du Jonas? Heißt du einfach nur Jonas? Jonas, ähm... Boah, ich weiß nicht, wie er mit dem Nachnamen heißt. Ja. Ja, 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 ja. Ems. Jonas Ems. Holy, aber der sah ein bisschen aus wie Channing Tatum, right? Jonas Ems. Okay. Boah, ist das der eine von Gewitter im Kopf? Tim oder Jan? Tim. Ich sag, das ist der Tim von Gewitter im Kopf. Tim vom Gewitter im Kopf? Yes, Sir. Ey, okay, okay. Strong. Bis jetzt, bis jetzt sehr, sehr strong. Ich hab nur Aaron Troschke nicht erkannt bis jetzt. Strong. Okay, wir haben 5 Punkte. Oh, ne, da hab ich gar keine Ahnung. Da hab ich ja gar keine Ahnung. Ne, das könnte auch einer sein, den ich halt gar nicht kenne, ne, vom Aussehen her. Ne, ich weiß wirklich nichts, muss ich sagen. Wirklich nicht. Das war Luca? Das war das schlechteste Luca-Concrafter-Bild, was ich je gesehen habe. Habt ihr es erkannt? Ich bin jetzt keiner, der Luca täglich guckt so, aber Luca kennt man halt, ne? Luca kennt man. Oh, das war... Okay, der war unangenehm. Der Point war ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Das ist... Boah, äh, Mrs. Bella? I guess? Ich hab erst an Nova gedacht, aber es ist Mrs. Bella, würde ich sagen. Bitte? Es ist... Mrs. Bella. Strong, strong, strong. Okay. Damn, das ist Luca nicht, das ärgert mich. Das wurmt mich, das wurmt mich jetzt ein bisschen, sag ich mal. Nummer 8. Wir haben Nummer 8. Das ist Jew. Das ist Jew. Ey, die Augen hätte ich auf eine Million Metern oder unter einer Million Augen erkannt. Das ist, äh, Justus Bum, ähm, stark. Okay. Alright, alright. Wir haben noch... Wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr. Wir sind bei der Hälfte ungefähr. Julian Bam war... Ey, wer sich dem Point nicht gesnackt hat von euch, da bin ich enttäuscht, ja. Da bin ich enttäuscht, sag ich, wie es ist. Äh, das ist KuchenTV. Das ist KuchenTV. Das kennt man aber auch wegen den Augenbrauen. Ich finde, er hat so sehr markante Augenbrauenkuchen. Und gerade so dieses Gesicht, was er macht, war, glaube ich, auch mal sein Profilbild oder so. Äh, KuchenTV. Easy. Den Punkt nehmen wir auch mit. Und, ähm, ja. Der war einfach. Äh, Dehner. Das ist Dehner. Aber ich habe Dehner nur erkannt tatsächlich hier wegen der Leberflecken oder Muttermale. Ohne die hätte ich ihn nicht erkannt. Weil er hat da am rechten Auge, ist das linke, das rechte Auge? Ich weiß nicht. Hat er auf jeden Fall welche. Ähm, und ohne die hätte ich ihn nicht erkannt hier. Er hat relativ viele Muttermale irgendwie im Gesicht. Okay. Äh, das ist Simon. Das ist Simon Will. Simon Will. Äh, das wäre aber auch unangenehm. Simon Will ist, äh, mit dem verstehe ich mich sehr, sehr gut. Äh, und das wäre unangenehm. Das wäre unangenehm. Ich sag's, das ist, das wäre sehr unangenehm, wenn ich das nicht erkannt. Aber Simon Will, ähm, das kommt, glaube ich, auch immer sehr aufs Bild an, oder? Das kommt immer sehr, sehr stark drauf an, was das für ein Bild ist. Äh, äh, ist das Reefed, Antonia? Antonia Reefed? Ich würde sagen Reefed, aber I'm not sure, weil sie ist auch mehr Streamerin als YouTuberin, in my opinion. Aber es war, oh shit, es war Julia Beautix. Aber Julia Beautix und Reefed so vor den Augen, habt ihr eben Reefed ein bisschen gesehen auch? Oder war das einfach, war ich's einfach nur? Damn. Fuck, okay. Hätte ich, hätte ich guessen müssen. Schwierig. Äh, Trimax. Das ist Trimax. Das ist Trimax. Ey, mit Trimax habe ich mich im, im Bootshaus sehr, sehr gut unterhalten. Das war sehr lustig, Mann. Das war, das war ein lustiger Abend auf jeden Fall. Okay, aber Trimax, ähm, check, 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 okay. Ja, das ist auch dieses Standardbild von Trimax. Das ist dieses, dieses Prototyp Trimax Bild irgendwie, was jeder von uns kennt. Okay, 14, 14. Äh, Hand of Blood. Hand of Blood. Aber das ist auch ein einfaches Bild. Das ist, äh, die, die Brille könnte einen verwirren, weil er die, glaube ich, nicht mehr hat. Aber ist in my opinion ein relativ einfaches Bild gewesen auch. Ja, ja. Okay, wen habe ich falsch? Ähm, ich habe drei falsch bis jetzt. Drei habe ich nicht. Concrafter. Ähm, Aaron Troschke. Das ist Rezo, das ist Rezo. Das ist auch einfach, aber seine, Rezos Augen, krass. Das sind diese Augen von Rezo, die erkennt man auch unter tausend in diesem Blauton. Ähm, ich hatte Julia Beautix nicht, Concrafter und, äh, ähm, Ding. Ähm, Jonas Ems nicht, oder? Und Aaron Troschke, stimmt. Nee, Jonas Ems habe ich erkannt, Jonas Ems habe ich erkannt. Okay, warte, wie viele gab's, wie viele gab's? Es gab, Rezo war, welcher von, war, waren es 15, waren es 15 insgesamt? Waren es 15? Ja, es waren 15, ich hatte nicht, ähm, Julia Beautix, ich hatte nicht, ähm, der Aaron Troschke hatte ich nicht und, ähm, den habe ich noch, äh, drei auf jeden Fall. Irgendeinen hatte ich eben auch noch nicht erkannt. Äh, Dena hatte ich, Samuel hatte ich, Julia Beautix hatte ich. Ja, achso, Julia Beautix, Concrafter, Aaron Troschke, okay, ich habe zwölf Punkte, also zwölf Punkte habe ich von 15 möglichen. Ich sage, das ist schon ein sehr, sehr guter Schnitt. Noten-Durchschnitt, besser als in der Schule damals, definitiv. Ähm, schreibt mir auf jeden Fall rein, ob ihr mehr hattet, weniger, wo ihr gestruggelt habt, weil es kommt sehr auf die Bilder an, ähm, und lasst wie gesagt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wenn wir sowas nochmal machen sollen. Und ob ihr meinen Highscore geknackt habt von zwölf. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, es gibt noch fünf oder sechs Teile davon und ich glaube, es wird dann ja auch zunehmend schwieriger, weil wir jetzt ja schon so mit die bekanntesten deutschen YouTuber drin hatten quasi, ne. Es war jetzt ja schon die Elite mit am Start. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, ja, das Feedback da, dann sehen wir uns hoffentlich bei einem weiteren Teil. Ich habe auf jeden Fall Bock auf so Quiz-Sachen irgendwie gerade und, ähm, du erleben mich da auch mit meinem Freunden, deswegen bin ich da sehr, sehr introvert gerade. Lass mir Feedback da, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren und wunderbaren Video, Freunde. Bleibt einfach alle so fresh und gut aussehen wie immer natürlich und ciao.